Oh Gott, Marcus, es ist dein Vater. Ja, haben's bemerkt. Warte, aber ich dachte, er... Lass sein, Chase. Ich wurde von den Locusten gefangen. Ich habe eine Lösung gegen die Leuchtenden entwickelt. Sie meinen, damit auch Menschen töten zu können, aber sie kann... Marcus, er weiß von den Leuchtenden. Und er sieht älter aus als... Als wir ihn sterben sahen. Ich weiß. Wenn er noch lebt, muss ich ihn finden. Kriegt man raus, wenn das aufgezeichnet wurde? Ich sehe kein Datum. Moment mal. Sie kapieren nicht, dass das die Locust nicht rettet. Sarah stirbt Morgas. Der ganze Planet ist infiziert. Die Emulsion tötet ihn. Es war immer die Emulsion, weißt du? Und ich kann es stoppen. Jetzt verstehe ich alles. Ich wollte dich immer kontaktieren, aber ich war... Verdammte Maschine. Nie ist Burt da, wenn man ihn braucht. Festhalten! Achtung! Achtung! Einschlag! Ich werde einen Weg finden, den Rest der Disc abzuspielen, Marcus. Wir finden ihn. Kommt schon! Alle raus! Und macht die Arschlöcher fertig! Hier spricht der Vorsitzende! Toll! Jetzt will er Kaffee! Ich werde in der Kapitänskabine angegriffen! Meines ist mir verletzt! Ich schaffe es alleine nicht! Wir brauchen hier sofort Hilfe! Prescott! Prescott! Dieses Spiel ist schalten Sie gut! Wir kommen! Salage! Tempo! Wir müssen nach unten! Prescott schafft das nicht alleine! Na, wir machen uns! Wir haben das untere Deckerein! Gehen wir runter! Wir haben das untere Deckerein! Gut, gut, gut! Gojo, haltet Sie auf, bevor Sie unter Deckerein! Gehen wir runter! Na, los! Wir müssen Prescott helfen! Geht jemand bei der Liftsteuerung! Decklift nach oben! Wird erledigt, Phoenix! Boa, ich bin vallest! Geht auf! 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 Nimm die Kerze raus! Feuer! 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 Feuer in der Kompisse! Feuer, das Team! Sofort in der Kompisse! Sabaran, an alle KR-Einheiten außerhalb. Wir stehen unter schweren Angriffen von Leuchtenden. Ein Feuer! Schnapp dir den Feuerlöscher! Bringen wir die Brände unter Kontrolle! Oh, mit Brasskull ist noch nicht tot. Noch nicht. Brasskull ist noch nicht los! Hold Um! Praskill, nehmen Sie den verdammten Kops runter! Sie müssen starten! Warum nicht? Wir finden jemanden, der es tut! Na gut, halt dich bereit! Michelson ist tot! Phoenix, komm zum Hangar runter! Die Helikopter werden angegriffen! Wir müssen sie in die Luft bringen, sofort! Sind Sie verletzt? Ja, aber ich... Dann bleiben Sie hier! Und rühren Sie sich nicht, bis wir zurück sind! Verstanden? Ich werde versuchen, am Leben zu bleiben, Sergeant! Ja, gute Idee! Ich bin zwar sonst nicht so gesprächig, aber wenn ich zurück bin, sollten wir mal reden! Ich komme zurück und leiste erste Hilfe, sobald die Vögel in der Luft sind, okay? Wir hätten ihn an ein Rohr ketten sollen, falls er doch wieder turmen will! Ohne seinen Heli geht er nirgends hin! Delta an Hangardeck! KR-Einheiten! Ist da unten jemand? Wir müssen die Ravens in die Luft bekommen! Delta, hier ist KR03! Mein Vogel wird angegriffen und meine Crew ist tot! Ich brauche Hilfe! Haltet durch! Wir sind unterwegs! Oh, scheiße! Wirst du das? Klingt nach mir wohl! Ah, verdammt! Sie sind in den Ohren! Crash die aus! Unser Pilot wartet! Voll riepen! Vad bedanelnd! F初 gab er etwas Aus! Vier surge! eighty zu dir ist! Wowechsel manifest richtig ab? Ich habe so viel Zeit! Sprechen! So habe ich sehr gemütlich können. Ji-Risk? glaube ich Abszesse schon zu gehen. Das war's für heute. Ich bin noch nicht tot, Sergeant, wenn Sie das gemeint haben. Ich frag ja nur. Ich würde Sie nur ungern wieder verlieren. Wir sind fast da. Wir müssen nur durch den Lagerraum durch. Hier unten ist es ziemlich haarig, Phoenix. Wir haben viele Männer verloren. Und zwei der Ravens können noch nicht starten. Schon okay. Wir kümmern uns drum. Leuchten Sie! Flankendeckung! Ich nicht. Flankendeckung! Flankendeckung! Das war's für heute. Komm schon! Der Helikopter muss hier raus! Der Deck-Offizier ist tot! Wir kriegen den Aufzug nicht hoch! Seht ihr nur zu, dass der Raven in die Luft kommt! Wir klären das mit dem Aufzug! Kleine Verzögerung, 0-1. Wir mussten hier kurz aufräumen. Wollt ihr doch, du Scheißkerl! Weg raus! Leuchte! Dreck raus! Bin leer! Okay, auf zum Kontrollraum! Komm schon! Einer weg, einer übrig. KR-03, seid ihr startbereit? Ich sitze auf Rampe 3 fest. Könnt ihr Hilfe gut gebrauchen? Halten Sie durch! Sind unterwegs! Wir sind deine neue Crew! Großartig. Karte in Lift hoch, sobald die Maschine läuft. Heilige Scheiße! Was zum Teufel ist das? Das ist kein Stuck. Passt auf, es kommt zurück. Es ist ein verflussener Libra-Empfekt. Na los, Leute, halt die Leute! Halt! Was geht noch weiter? Du! Heilige Scheiße! Geht noch nicht, Herr Karte!